Das ist nicht, was wir wollen. Wir stehen für eine alternative Landwirtschaft. Und der schwarze Pinsel, das ist, was man hat, wenn man keine Bienen mehr hat. Das ist nicht, was man hat, was man hat, was man hat, was man hat. Das ist nicht, was man hat, was man hat.